Was von den Schulen des Führers gehört? Ich war bei der Aufnahmeprüfung für eine Napola. Du weißt was? Da gehst du nicht hin. Los, aufstehen, Betten machen, antreten zum Frühsport! Danke. Nicht zu danken. Das habe ich in meiner alten Schule schon gelernt. Ich bin Friedrich. Albrecht. Liegt dir das Schreiben, was? Eigentlich schon. Meine Mutter sagt mir immer, dass sie beide alles großartig finden, was ich schreibe. Dabei lesen sie es noch nicht mal durch. Freu dich doch. Das ist so, als wenn man einen Kampf gewinnt, ohne anzutreten. Nee. Das ist so, wie wenn dir jemand von Anfang an eine Medaille umhängt, weil er keine Lust hat, dich kämpfen zu sehen. Mach ihn fertig. Mach ihn fertig. das ist so, wie wenn er jemand von Anfang an ist. Das ist so, wie wenn ich mit ihm bin. Ich bin mit ihm 380 Euro im Flughafen. Das ist so, wie wenn er sich nicht mit ihm ausfüllen muss. I always saw me so fucking rude, but they always win, but I know I'll lose. And I'd sing a song that'd be just stars, but I sang them all to another heart, and I want to cry, I want to love to love you. Zu Seite, du. Vater, nein! Reiß dich doch nicht zusammen. Ich soll mich zusammenreißen? Albrecht, hör auf. Gefangene zu erschießen ist Unrecht. Sie waren weder bewaffnet, wie Gauleiter Stein angab, um uns aufzuhetzen, noch waren es Männer, sondern Kinder, die wir erschossen hatten. Raus! Albrecht, du bist dran. Unterbrecht, du bist dran. Passt du? Sit. Passt du? Hey, 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 hey! Hey, 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 hey!